Nur wenige Menschen haben schon mal mit eigenen Augen den einsamsten Ort auf unserem Planeten gesehen, Point Nemo. Nein, der liegt nicht in Antarktika. Dieser Punkt befindet sich über 4000 Meter weit im tiefsten südpazifischen Ozean und ist weiter von jeglicher Landmasse entfernt als jeder andere Ort der Erde. Doch das ist nicht das einzige, für das Point Nemo berühmt ist. Irgendwann hat jemand beschlossen, dass es der perfekte Platz wäre, um stillgelegte Satelliten abstürzen zu lassen und so wurde Point Nemo zum einzigen Raumschiff-Friedhof der Welt. Der Pol der Unzugänglichkeit, wie Point Nemo auch genannt wird, ist der entliegenste Ort der Erde. Tatsächlich ist er derart isoliert, dass ihm zu jedem beliebigen Zeitpunkt Astronauten wohl am nächsten sind. Point Nemo ist von mehr als 2250 Kilometer Wasser in jeder Richtung umgeben. Wieso ich dir vom Pol der Unzugänglichkeit erzähle? Nun, die Sache ist, dass dieser Punkt eine engere Verbindung mit dem Weltall hat, als du denkst. In diesem Augenblick kreisen tausende künstlicher Satelliten irgendwo über deinem Kopf um unseren Planeten. Und wie jede andere Maschine kann so ein Satellit nicht ewig funktionieren. Für gewöhnlich ist sein Leben nach etwa 15 Jahren vorüber. Aber stell dir mal vor, dass all diese hunderte Satelliten außer Betrieb gehen. Da stellt sich die Frage, was jetzt? Sollen sie einfach für die Ewigkeit unseren Planeten umkreisen? Dann würden wir in ein paar Jahrzehnten durch diesen Vorhang aus Weltraummüll kaum noch die Sterne sehen können. Okay, ich übertreibe, aber du weißt, was ich meine. Jetzt gibt es zwei Wege, tote Satelliten loszuwerden. Und die Entscheidung für einen davon hängt von seiner Größe sowie seiner Flughöhe ab. Befindet sich die Umlaufbahn eines Satelliten sehr hoch über unseren Planeten, ist es einfacher, ihn ins All zu schießen, statt zur Erde zurückzuholen. Außerdem kostet das weniger Treibstoff. In der Folge endet er an einem unheimlichen Ort, der Friedhofsorbit genannt wird. Dieser Orbit ist ca. 320 Kilometer weiter von der Erde entfernt als der weiteste aktive Satellit, was etwa 36.000 Kilometer sind. Doch wenn ein Satellit nicht groß ist und sich relativ niedrig bewegt, verlangsamen Ingenieure ihn mit Hilfe des im Tank verbliebenen Treibstoffs. In der Folge fällt das Ding einfach aus einer Umlaufbahn und nähert sich der Erdoberfläche mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit von über 27.300 kmh an. In diesem Fall lässt die Hitze, die durch die Reibung beim Eintritt in die Atmosphäre entsteht, den Satelliten verglühen. In diesem Fall müssen die Betreiber des Satelliten allerdings beweisen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sach- oder Personenschadens bei einem selbstständigen Sturz niedriger als 1 zu 10.000 beträgt. Was sie bei relativ kleinen Raumschiffen meistens können. Aber was ist mit dem großen Zeug, die großen Satelliten oder sogar Raumstationen? Das Problem mit denen ist, dass sie nicht vollständig verglühen, bevor sie die Erdoberfläche erreichen, was ein furchtbares Sicherheitsrisiko darstellt. Aus diesem Grund müssen die Betreiber bei Chancen höher als 1 zu 10.000 ein kontrolliertes De-Orbiting durchführen. Und da kommt der Pol der Unzugänglichkeit ins Spiel. Luftraumingenieure freuen sich, dass sie an Point Nemo Dinge nach unten holen können, ohne irgendetwas zu treffen. Auf der anderen Seite erfordert es außergewöhnliche Fähigkeiten, einen stillgelegten Satelliten auf dem Raumschiff Gliedhof zu beerdigen. Zuallererst müssen Raumfahrtbehörden eine Bruchlandung so timen, dass sie über dem entsprechenden Punkt passiert. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan. Im September 2011 startete China seine erste Raumstation Tiangong 1. Alles lief super, bis die Raumfahrtbehörde 2016 die Kontrolle über die Station verlor. Nachdem sie ihren Dienst offiziell beendet hatte, musste die Station 2018 wieder in die Erdatmosphäre eintauchen, doch niemand wusste, wo sie abstürzen würde. Das bedeutete, dass 8,5 Tonnen Titangerüst und Treibstofftanks verpackt in Glasfaser mit einer Geschwindigkeit von etwa 320 kmh auf eine Landung zurasten. Und da China keine Kontrolle über die Station hatte, konnten sie nicht garantieren, dass dieses Ungetüm sich exakt über Point Nemo auflösen würde. Am Ende stürzte die Raumstation in den Pazifischen Ozean, doch über 3500 Kilometer vom Pol der Unzugänglichkeit entfernt. Jedenfalls verglühte der Großteil der Station beim Eintritt in die Atmosphäre und traf als Regen aus tausenden winziger Teile auf das Meer. Doch wie du dich erinnerst, kam es zu der Bruchlandung nur, weil sich die Station außer Kontrolle befand. Glücklicherweise können Raumfahrtingenieure ein Raumschiff für gewöhnlich zu einem Landeplatz steuern. Deshalb haben Raumfahrtbehörden seit 1971, als Point Nemo zum Raumschiff-Friedhof gemacht wurde, bereits über 260 tote Satelliten dort im Ozean abgeladen. Das größte Raumschiff war das Raumlabor der russischen MER, das drei Kilometer unter der Wasseroberfläche begraben wurde. Das massive 120 Tonnen Metalllink traf 2001 auf die Meeresoberfläche. Zu den weiteren Raumfahrzeugen, die am Grund von Point Nemo ruhen, zählen sechs russische Salut-Raumstationen, sechs japanische HTV-Frachtraumschiffe, fünf Frachtschiffe der Europäischen Weltraumorganisation und sogar eine SpaceX-Rakete. Und irgendwann um 2024 herum wird die ISS sehr wahrscheinlich ebenfalls auf diesem Raumschiff-Friedhof landen. Aber falls du dachtest, dass der Friedhof von Point Nemo organisiert und aufgeräumt aussieht, wirst du deine Meinung nach dem folgenden ganz schnell ändern. Die toten Raumschiffe werden nicht sorgfältig am Meeresgrund zusammengekehrt. Da selbst größere Raumschiffe beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen, sind es keine ganzen Objekte, die da auf die Wasseroberfläche knallen. Nope, ein massives Raumschiff zerbricht für gewöhnlich in eine ovale Trümmerwolke, die sich auf bis zu 1600 Kilometer Länge und fast 160 Kilometer Breite erstrecken kann. Glücklicherweise ist das kein Problem, da das landefreie Gebiet um Point Nemo mehr als 15 Millionen Quadratkilometer einnimmt und die Chancen, dass Menschen von den Trümmern getroffen werden, verschwindend gering sind. Bisher gab es nur einen Fall, bei dem eine Frau von einem Stück Raumabfall leicht an der Schulter getroffen wurde. Doch das potenzielle Risiko, dass jemand von Weltraumschutz getroffen wird, besteht, richtig? Warum lassen wir all diese toten Raumschiffe dann nicht einfach allein in ihrer Umlaufbahn kreisen? Nun, schau es dir selbst an. Zum heutigen Tag kreisen mehr als 4000 Raumfahrzeuge auf verschiedenen Höhen um unsere Erde und Raum für unzählige weitere gibt es auch. Sorry für das Wortspiel. Doch wenn der Raum um unseren Planeten sich mit Satelliten füllt, funktionssüchtigen wie stillgelegten, haben wir ganz schnell ein ernsthaftes Problem mit Weltraumabfall. Neben all diesen Raumschiffen würde es im All von künstlichen Objekten größer als eine Faust wimmeln, genauso wie von unzähligen Stücken Metall, Riegeln, Schrauben und Farbspritzern. Das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass ein großes Stück Weltraumschrott ein anderes trifft. Nicht, dass es oft dazu kommt, aber es kommt vor. Einen Satellitenzusammenstoß gab es zum Beispiel 1996, einen weiteren 2009 und zwei mehr 2013. Nach diesen Unfällen dauchten ganze Trümmerwolken auf, die noch Jahrhunderte nach der Kollision eine Gefahr für andere Satelliten darstellen können. Aus diesem Grund nehmen Raumfahrtbehörden es so ernst, ihre Gerätschaften aus dem Orbit zu entfernen. Tatsächlich verfügen die meisten modernen Raumschiffe über eingebaute Systeme, die dabei helfen, sie aus der Umlaufbahn zu holen und in einem bestimmten Gebiet zu landen. Aber was ist mit den armen alten Dingern, die seit Jahrzehnten da draußen in all unseren Planeten umkreisen? Unkontrolliert stellen sie eine große Gefahr für die Sicherheit der Erde dar. Aber keine Sorge, die Wissenschaft tüftelt an einer Lösung für dieses Problem. Hoffentlich gibt es bald neue Technologien, die uns diese alten Raumschiffe aus dem Orbit entfernen lassen, indem wir sie mit einem Lasso fangen und aus dem Verkehr ziehen. Wie wäre es jetzt mit ein paar geheimnisvollen Fakten zu einem der ungewöhnlichsten Orte der Erde, Point Nemo? Das Lustigste am Pol der Unzugänglichkeit ist, der Mann, der ihn entdeckt hat, selbst niemals dort war. Es war im Jahr 1992, als der kroatische Aufsichtstechniker Krovia Lukatela mit Hilfe eines Computerprogramms herausfand, welcher Punkt am weitesten von sämtlichen Landkoordinaten entfernt war. Ach, und falls du glaubst, dass Point Nemo nach einem Fisch benannt wurde, liegst du falsch. Die Wahrheit ist, dass Nemo im Latein für Niemand steht, was ziemlich gut zu dem Ort, über den wir hier sprechen, passt, oder? Es hat sich herausgestellt, dass der Punkt sich fast im Herzen des Südpazifik-Wirbels befindet, einer monsterhaft großen Meeresströmung. Diese Strömung, die verhindert, dass nährstoffreiches Wasser in das Gebiet drängt, ist schuld an der fast völligen Abwesenheit von Leben an Point Nemo. Und wie du weißt, keine Nahrung, kein Leben. Naja, zumindest keines außer winzigen Krabben nahe der vulkanischen Öffnungen und den allgegenwärtigen Bakterien. Das macht den Pol der Unzugänglichkeit zum leblosesten Ort im Ozean. Okay, hier kommt deine Gelegenheit. Wird es du Point Nemo gern besuchen und den Raumschifffriedhof sehen? Berate es mir in den Kommentaren. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video einen Daumen hoch und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen. Aber hey, verschwinde noch nicht aus deiner Umlaufbahn. Wir haben über 2000 coole Videos, die du dir ansehen kannst. Alles, was du tun musst, ist auf das linke oder das rechte Video zu klicken und dich zurückzulehnen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.